Und ich war hier im Kastanienhof. Und habe den Leuten etwas zum Nikolaustag gebracht. Mann, haben die sich gefreut. Sie haben gesungen. Sie haben sogar Gedichte aufgesagt. Draußen vom Walde komme ich her. Und soll ich sagen, ihr kennt ja den Text. Ich wünsche euch einen schönen Nikolaustag. Und wenn ihr nicht daran gedacht habt, dann kann ich auch nicht helfen. Na, habt ihr mich erkannt? Ich bin's doch. Euer Käpt'n Tide. Da staunt ihr, was? Ja, was ich hier alles so noch im Heim machen darf, da könnt ihr staunen, was? Ja, und wenn ihr mich mal engagieren wollt, ruft mich an. Ich komme zu euch und spiele für euch auch den Nikolaustag. Einen schönen Nikolaustag oder Abend noch. Bis bald. Tschüss. Tschüss.